Heute ein Lied aus unserem Gemeinde-Wiederbuch. Es ist die Nummer 312. Nur einen Lied. Das Lied ist einstimmig im Gemeindebuch, aber es gibt dazu den vierstimmigen Wahlersatz. Aus diesem werde ich spielen. Somit kann das Lied auch für einen IPTV-V-Kontestins verwendet werden. Das Lied hat zwei Strophen. Ich werde ein Vor- und ein Nachspiel machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Begrüße aus der Skor.